Oh nein, die schauen wieder, die kleinen Scheißer! Oh, Alter! Das sind meine. Alter, hallo! Man kann sie doch selber umbringen, das geht ganz leicht. Ich habe leider nur... Alter Falter, ey. Okay, das wird ganz schön, ähm... Die kleinen Scheißer dabei, ne? Die sind echt ätzend. Eine Sanitätsfregatte. Transportiert die Patienten? Nein, Buckdown Stips. Aber der Verlust von medizinischen Versorgungsgütern ist verheerend in Kriegszeiten. Boah, Alter. Scheißer, ey. Nein. Wo sind die Scheißer, ey? Ja. Einer weniger. Alter, du gehst mir so auf den Sack. Moment, möchte ich eigentlich nur die kleinen Scheißer irgendwie töten? Ich habe mich genau im Visier. Beschützt das! Nein, da. Das muss aus dem Weg. Ja, merke ich. Danke. Wo sind die kleinen Scheißer? Wo sind die? Ich weiß nicht, wo... Folge Grey. Sei mir nicht tot. Sie haben die Silber-Coronet geschickt. Ihr Schlagschiff. Amos hat zu viel Selbstvertrauen. Gern geschehen. Zerstört die Sanitätsfregatte oder begebt euch zur Silber-Coronet. Die Overseer ist bereits auf dem Weg zu euch. Ich kümmere mich darum. Verdammt das Imperium. Sie stirbt sich so bereitwillig in den Tod. Ich bin da. Los geht's. Okay, wir erreichen den nächsten Punkt. Geht kein Risiko ein, Titan. Kehrt zum Hangar der Overseer zurück, wenn ihr Reparaturen benötigt. Es ist soweit, Titan. Die Silber-Coronet. Der ganze Stolz der Amos-Staffel. Und unsere Chance ihnen schwer zu umfassen. Ich muss mich reparieren. Das ist, äh... Nein. Also gut, drei. Flieg voraus. Nein. Ich wollte doch... Mann. 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 Ja, und ich bin gleich mit tot. Danke. Ich hänge Panto-Strahl fest. Nein. Das war eine Scheiß-Idee, Leute. Es ist soweit, Titan. Huuuuh. Die Silber-Coronet. Der ganze Stolz der Amos-Staffel. Und unsere Chance ihnen schwer zuzusetzen. Titan 3. Du führst den Angriff an. Ja, natürlich. Äh. Also gut, drei. Flieg voraus. Da hin. Du solltest die Schildgenerator der Silber-Coronet ausschalten. Die kühlen an ihrem Rund. Wir verschilfen unsere Zeit an den Schilden der Silber-Coronet. Fliegt unter die Schilder und greift den Kumpf direkt an. Das nenne ich mal einfach rüber. Rund dich aus diesem Kato-Strahl aus. Wunder beschützt! Kein beschützt! Wir setzen ihnen zu. Die Silber-Coronetten in Schad. Gebt alles. Ein Schildgenerator weniger. Machen wir uns an der nächsten. Die Silber-Coronet sind ziemlich mitgenommen aus Wattersohn. Hört sich gut an. Boah. Ups. Kann ich mich bitte? Ich ruf mich. Ja, ja. Ich muss mich bitte einmal, äh, ich, ich, ich brauche ein anderes Schiff, glaube ich. Das wird sonst nichts. Wupser. Äh, was für ein... Ja, ja. Zum Glück war ich gerade zur Stelle. Da. Ich war im Traktorstrahl drin. Faaaaaaaii. Scheiße. Es ist so weit, Titan. Die Silberkronit. Nein. Ernsthaft? Oh, komm. Zeig uns, was du drauf hast. Also gut, Drei. Flieg voraus. So, und nicht anders. Drei, du solltest die Schildgenerator der Silberkoronett ausschalten. Die kühlen an ihrem Rund. Wir verschwinden unsere Zeit an den Schilden der Silberkoronett. Flieg unter die Schilde und greif in uns direkt. Ja, ich muss raus hier. Tschüss. Sie haben mich im Visier. Ja, ja. Ich bin tot. Läuft. Hey, läuft total. Also, ähm... Leck mich am Arsch, ey. Scheiße. Oh, ich hoffe, ich bin nicht die einzig Schlechte in diesem Spiel. Das, ähm... Da, du solltest die Schildgenerator der Silberkoronett ausschalten. Die kiemen an ihrem Rund. Ich bin hierher im Schuss. Oh, ich bin hierher im Schuss. Die verschwinden unserer Zeit an den Schilden der Silberkoronett. Fliegt unter die Schildung. Geist in uns direkt an. Wow. Okay, die Wendigkeit von diesem Schiff ist... Ja, ich muss weg. Was ist das? Die Wendigkeit von dem Schiff ist ein Schiff. Ja, ich muss wegschauen. Alter, Hilfe! Help! Nein, beim nächsten bin ich tot. Boah, das Schiff ist einfach viel zu langsam. Ich muss ein anderer, das geht nicht. Wo muss ich denn jetzt noch hin? Boah. Ja, ich auch. Nicht nur ihr. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich muss weg. Leute. Leute. Ja, das muss ich. Ich bin tot. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Alter. Ernsthaft. Boah, das fängt immer wieder von neu an, ey. Das ist echt... Alter. Alter. Oh, das ist echt scheiße. Ja, geil. Ja, ich finde es auch. Danke. Ja. 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 Okay, ich... Au! Hallo! Alter! Hallo! Alter! das war knapp ja nein nein Sie sind in der Offensive. Okay. Okay. Ich kann mich... Ich bin tot. Ich fang wieder von neu an. Ich fang wieder von neu an. Ich fang wieder von neu an. Ich fang wieder von neu an.